Wir haben den 17.06.2022, es kommt auch noch ein zweiter Abend. Endlich. Die laufen beide so seitwärts über. Jetzt ist der Unterdürr eingeflogen. Und sind alle da schnell gelaufen? Ist das wirklich wegen der Hitze? Dann ist der dritte Setzer zum Flogen oder kommt vielleicht nicht. Also, am besten zulen. Vielen Dank.